Guten Tag, mein Name ist Karin Wörndl, das ist meine Kollegin Nana Ochmann. Guten Tag. Und wie heißen Sie bitte? Ich heiße Nikolina Olga. Woher kommen Sie? Ich komme aus der Ukraine. Und momentan bin ich Sprachstudentin in Deutschland und lerne Deutsch für mein Studium weiterhin. Was studieren Sie? Momentan nichts, aber ich möchte Politikwissenschaft studieren, als Hauptfach und als Nebenfach Slavistik. Interessante Fächer. Welchen Beruf möchten Sie später ergreifen? Ich möchte später in einer der internationalen Organisationen arbeiten. Zum Beispiel, haben Sie schon genauere Vorstellungen darüber? Vielleicht UNO oder keine Ahnung. Sehr interessant. Ist Politik ein Fach, das Sie aus Interesse gewählt haben? Ja, aber mit Schwerpunkt internationale Beziehungen. Und wie lange lernen Sie schon Deutsch? Ja, seitdem wie ich in Deutschland bin. Und Sie bitte? Ich heiße Lena Narajewske. Ich komme aus Kasachstan. Und sind Sie auch Studentin? Nein, ich war vor kurzem Sprachstudentin. Jetzt habe ich aufgehört. Und jetzt bin ich zu Hause mit meinem Mann. Ich bin verheiratet. Ah ja. Welchen Beruf haben Sie oder möchten Sie ergreifen später? Ich habe in Kasachstan schon studiert. Ich habe Chemie und Ökologie studiert. Also bin ich Chemikerin und Ökologin. Ah ja. Jetzt suche ich gerade eine Arbeit hier. Ah ja. Ist das schwierig wahrscheinlich? Ja, eigentlich schon. Haben Sie da ein Spezialgebiet in Ökologie und Chemie? Da muss man sich ja normalerweise ein bisschen spezialisieren auch. Das ist normalerweise in Ökologie so chemische Forschungen. Angewandte Ökologie in der Chemieindustrie. Ah ja. In diese Richtung. Gut. Ja, dann beginnen wir mit dem ersten Teil der Prüfung. Sie haben ein Aufgabenblatt mit einem Thema bekommen, über das Sie jetzt sprechen sollen. Wer möchte gerne beginnen? Ja. Gut, beginnen Sie. Bitteschön. Zum Thema Kommunizieren per E-Mail. Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, es gibt verschiedene Webseiten, wo man eigentlich eigene E-Mail-Posts eignen kann und auch benutzen. Die sind alle unterschiedlich, aber funktionieren alle gleich. Es gibt in meinem Land zum Beispiel noch vor fünf Jahren, war E-Mail-Post noch nicht so verbreitet. Die Leute hatten irgendwie Angst, so etwas Neues zu benutzen. Aber heutzutage benutzt man sehr gerne E-Mail-Post. Das hat auch eigene Vorteile und Nachteile. Und als Vorteil sehe ich, dass man sehr viele Briefe speichern kann. Zum Beispiel, weil für ganz normale Briefe braucht man viel Platz irgendwo. Und das kann man im Computer irgendwann eine Ordnung machen und einfach alle Briefe speichern. Dann man braucht auch, das funktioniert ganz schnell, man kann ganz schnell jemanden erreichen und sich informieren lassen oder jemandem irgendwas mitteilen. Auch, das ist viel sicherer als ganz normale Post. Ich meine, manchmal weiß man nicht, ob mein Brief der Empfänger erreicht hat oder nicht. Man braucht auch keine Briefmarke, das kostet auch, man spart auch das Geld. Und, naja, das einzige Nachteil habe ich gefunden, dass man viel Platz dafür braucht und dass man nicht die Schrift sieht. Manchmal möchte ich schon die Schrift von Absender sehen. Dann, also, ich benutze eigentlich sehr gerne E-Mail-Post und bin eigentlich sehr zufrieden damit. Also, das ist mein Name. Gut, das war's. Sie sind fertig. Dankeschön. Bitte, Sie sind dran. Danke. Mein Thema, das ist Kontaktanzeigen in Zeitungen, um einen Partner zu finden oder sogenannte Partnerbörsen im Internet. Zu diesem Thema habe ich eigentlich mehrere Beispiele aus meiner Erfahrung, aus meinem Leben. Ich habe eine sehr gute Bekannte von mir und sie hat ihren Mann durch eine Zeitungsanzeige gefunden. Es war eigentlich ganz normal. Er hat die Anzeige gegeben und sie hat geantwortet mit einem Brief und Foto. Und dann hat er sie eingeladen und seitdem sind sie zusammen. Bei uns in Kasachstan, wo ich wohne, in meinem Heimatland, ist es ein bisschen noch wild, diese Art kennenzulernen. Viele Leute finden das einfach irgendwie zu peinlich, unangenehm. Viele denken, wenn ein Mensch so etwas macht, dann ist er irgendwie unnormal. Er ist benachteiligt und deswegen machen viele das nicht. Viele bevorzugen doch klassische Methoden, jemanden kennenzulernen. Aber trotzdem, es gibt eigenes Dafür und eigenes Dagegen. Dafür, ich finde das sehr praktisch, durch eine Anzeige jemanden kennenzulernen. Dann sieht man schon das Alter, irgendeine Gewohnheiten, ob ein Mensch raucht oder nicht. Gewicht ist wahrscheinlich sehr wichtig. Oder ob Frau oder man blond ist oder weiß, was ich, ob er Tiere liebt. Und das ist sehr praktisch, weil schon vorher kann man sich irgendwie richten, was es für ein Mensch ist. Und das ist auch sehr wichtig für viele Leute, die das irgendwie normal nicht schaffen, bei denen es immer scheitert, im normalen Leben jemanden kennenzulernen. Das ist eine gute Möglichkeit. Ich habe noch eine Chance. Also, das ist auch sehr wichtig. Und dagegen, es gibt auch vieles. Viele finden das unromantisch, total praktisch, gefühllos und deswegen viele möchten das auch nicht. Und viele, wie ich gesagt schon habe, finden das peinlich und fühlen sich, dass sie schlechtere Menschen als andere sind. Deswegen machen sie das auch nicht. Und auch, ich glaube, es gibt noch ein kleines Risiko, dass durch so eine Anzeige, weil es weiß ich, man kann immer was passieren, man weiß nicht, was er für ein Mensch ist, was er für dich will, Geld oder umbringen. Okay, und meine persönliche Meinung, ich bin eigentlich für, für diese Art, jemanden kennenzulernen, weil ich denke, wenn ein Mensch zu schüchtern ist oder keine Zeit hat, das heißt nicht, dass es alles Ende ist. Er hat immer irgendwie Chance, im Internet zu schauen oder anzeigen. Und das ist auch gut für viele, wie ich gesagt habe, das ist praktisch. Ich glaube, für ältere Menschen, das ist besser, ein bisschen mehr praktischer, das Ansehen, was für ein Mensch ist, wie viel er verdient und so weiter. Also, ich bin persönlich für diese Art. Ich bin leider schon verheiratet, aber wenn was ist, dann wahrscheinlich mache ich das. Aha, gut. Dankeschön. Damit ist der erste Teil beendet und wir beginnen mit dem zweiten Teil. Sie sollen zusammen darüber sprechen, wo Sie am besten ein Praktikum machen können oder wollen. Bitte. Wir sehen hier verschiedene Angebote und die dauern alle von vier bis zehn Wochen und auch die Arbeitszeiten sind unterschiedlich. Ich habe für mich ein von diesen Angeboten ausgesucht, das heißt, dass ich zehn Stunden an zehn Wochenenden in einem Museum arbeiten möchte, mein Praktikum machen möchte. Findest du das gut, dass du jedes Wochenende in einem Museum arbeiten sollst? Ich meine, am Wochenende, das ist immer so, dass normalerweise, man geht weg oder aus. Das sind nur zehn Stunden an zehn Wochenenden, das sind vielleicht fünf Stunden an einem Tag und fünf Stunden an einem anderen. Ja, das ist ein Nachteil, dass man am Wochenende was anderes machen kann, aber für mich persönlich ist es immer sehr interessant, weil ins Museum kommen viele Leute, man kann sehr mit anderen Leuten kommunizieren und auch viele neue Informationen über die Geschichte erfahren, über die IAD-Kultur. Aber Entschuldigung zum Beispiel Buchhandlung, ich glaube, das ist auch gut. Da kommen bestimmt auch viele Leute und... Am Nachmittag habe ich keine Zeit, deswegen habe ich das nicht ausgesucht. Ich versuche einen Spanischkurs, deswegen passt mir das nicht. Weil für mich wäre es lieber, oder vier Wochen in einer Bank, das finde ich auch praktisch, kurz. Am Wochenende habe ich bestimmt dann frei und in einer Bank fahre ich bestimmt... Warum habe ich das nicht ausgewählt, da stehen keine Arbeitszeiten, deswegen... Aber ich glaube, wenn du in einer Bank arbeitest, dann arbeitest du wie die Angestellten, also ich glaube... Bis zehn Stunden pro Tag... Ja, Montag, Freitag... Dann kann man drei Wochen in einem Kaufhaus arbeiten... Das habe ich auch gedacht... Aber zehn Stunden pro Tag, das ist schon... Das ist schon lang. Okay, ich habe einen Vorschlag. Entweder vier Wochen in einer Bank oder nachmittags für acht Wochen in einer Buchhandlung oder drei Wochen in einem Kaufhaus, zehn Stunden pro Tag. Es wird zu anstrengend, aber ja, vielleicht lieber drei Wochen in einem Kaufhaus zu arbeiten und dann bist du fertig in drei Wochen, also hast du dein Praktikum. Aber du sagst, dass du gerne mit Leuten reden möchtest, ich glaube, dann ist es okay. Im Kaufhaus kommen bestimmt viele Kunden und dann ist es nicht so langweilig wie zum Beispiel sechs Wochen in einem Forschungslabor. Das ist zu lang und einfach zu langweilig. Das kommt nicht in die Frage. Und vier Wochen in einer Gärtnerei, man muss auch, ich glaube, Vorkenntnisse haben. Ja, das ist leider nicht mein Ding, Gärtnerei. Ich meine es auch. Aber zehn Stunden im Museum am Wochenende, das wäre für mich auch nicht... Also wenn du fünf Stunden am Samstag und fünf Stunden am Sonntag arbeitest... Ja, am Wochenende lieber bleibe ich. Ja, ein bisschen ausschlafen und so. Okay, dann wahrscheinlich... Dann müssen wir uns drei Wochen in einem Kaufhaus... Dann müssen wir uns so eine Entscheidung kommen. Naja, also meiner Meinung nach dann die drei Wochen in einem Kaufhaus... In einem Kaufhaus, zehn Stunden pro Tag. Okay, dann machen wir so. Ja. Gut, Sie haben sich entschieden. Ja. Dankeschön. Das ist das Ende der Prüfung. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Dankeschön. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Vielen Dank.